Boah, Alter. Geil. Das ging ja schnell. Warte, ich muss nochmal kurz gucken, mein Setup hast du. Alter. Ich hab nicht mal ein Leid dabei. Ich hab nicht mal ein Leid dabei. Wenn du das gleich erzählst, du gehst noch ein bisschen wach. Ey, das kann nicht wahr sein. Ich spring durchs Mikrofon. Jetzt drück Start hier, komm. Drei Stunden später. Alter, die Leute wollen was machen. Ich muss das Setup überprüfen. Ich habe das jetzt kalt geworden. Ehrlich. Aber das ist doch gerade der Spaß hier, ne? Das macht doch gerade kein... Na, meine Hervis bleiben hier hinten. Wuscht. Woher? Bist noch da, Schüchter? Ah, ja. Hattest du bei der Karte durch die Mitte. Schüchter, sag mal was. Ne, 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 die Hervis bleiben hier hinten. Und meine Mäts, die werden über der 1er-Linie fahren. Wir verteidigen das. Die Hervis verteidigen das. Wenn wirklich was über Null kommt und sowas halt, wir müssen das hier verteidigen. Ja, machen wir auf der Karte. Ja, A-Linie, 1er-Linie. Da sollen wir uns hinstellen. Da hinfahren. Dass er da trefft. Wir verteidigen. Und ihr müsst angreifen. Und die werden sowieso einen Hügel raschen und gucken, dass sie dann hier drüber drücken. Das ist erstmal egal. Die sollen das ruhig machen. Dann habt ihr mehr Chancen da drüben auf der 1er-Linie. Ihr könnt durchfahren. Ich denke, da ist nichts. Klar. Ich muss mir denken, sorry. Schüchterfeindeckung, ja. Na, ich fahr auf meine Position wahrscheinlich. Ja. Ich muss doch ein Turbo einbauen müssen. Sieht gut aus. Da sind sie, da sind sie offen. Sie, seht das? Tiger, triffst du? Puschen wir jetzt zur Basis? Ja, ja. Wir wollen durch. Ja. Wir gucken mal. Genau, aber immer, wenn ihr jemanden seht, sofort stehenbleiben alle und einziehen und gucken. Schütze, die sind auch zurückgefahren, ne? Ich denke auch. Aber wir machen das gut. Wir waren das gut. Drei sind hin, verteidigen. Ey, kracht ihr jetzt in eins durch, oder was? Wir haben, denk dran. Hier, guck mal, bei mir ist alles. Bei mir ist alles. Guck mal, hier, 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 hier. Ich hoffe, ich bekomme einen Autoschlag. Kann das verteilen. Ich versuch's. Kommt noch mehr. Scheiße. Fuck, fünf, sechs. Alles schwere. Ferio, shit, man. Ihr müsst reinfallen. Ihr müsst reinfallen. Autoschlag möchte ich bei mir sehen, bitte. Wohin? Aber die Hellbees, ich hab doch hier noch. Bam, ich hab'n, ich hab'n. Fahrt direkt in der Basis. Ja, los, komm. Los, drückt rein, genau. Drei Leute möchte ich drin sein. Alle, die jetzt hier hochkommen. In Bewegung bleiben, Norberg, Autoschlag. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Jawohl, sehr schön, sehr schön. Haben die überhaupt keinen hier oben gelassen? Ich hab'n, ich hab'n, ich hab'n, ist mein dritter drinne. Jo, sehr schön, komm. Die restlichen, jawohl, sehr schön, komm, es passt, Leute, los. Bewegen im Cap, ein bisschen in der Nähe fahren. Ich bin getroffen. Wer, Autoschlag oder was? Weg, der Fangberg, du musst mal in Deckung fahren, hier oben, wie wär' das denn? Nee, komm, ihr müsst das jetzt durchcappen, zehn Sekunden, bitte. Einer muss den angreifen, der zu unten vom Berg kommt, auf der Nuller Linie. Ich bin schon wieder nervös, Mann, scheiße. Los jetzt. Zurück, bitte. Na, jetzt kommt's, können wir aufzeichnen, jetzt haben wir jetzt speichert, oder? Scheiße. War doch mal was. Ah, nicht bei euch.